8 Übung A3 Gesundes Frühstück für den Schulalltag Hören Sie das Gespräch zweimal. Was ist richtig, was ist falsch? Kreuzen Sie an. Zu unserem Gespräch über gesunde Ernährung begrüße ich heute ganz herzlich Frau Dr. Sommer. Frau Dr. Sommer, nach sechs Wochen Sommerferien heißt es nun für rund 10 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland wieder früh aufstehen und in die Schule gehen. In der morgendlichen Hektik fehlt jedoch in vielen Familien die Zeit für ein gemeinsames Frühstück. Jedes vierte Kind verlässt das Haus ohne Frühstück. Das jedenfalls sagen die neuesten Untersuchungen. Ja, das stimmt. Und die Untersuchungen sagen auch, dass Kinder aus armen Familien häufiger als andere ohne Frühstück in die Schule gehen. Diese Kinder sind dann viel unkonzentrierter im Unterricht und sie zeigen im Allgemeinen schlechtere Schulleistungen. Man weiß heute, dass sogar in 40 Prozent der Familien mit einem geringen Einkommen morgens kein gemeinsames Frühstück stattfindet. Wie sieht das perfekte Frühstück aus? Zu einem vollwertigen Frühstück gehören Milchprodukte, also Milch, Joghurt, Quark und Käse, dann Vollkornbrot oder Brötchen, natürlich Obst oder wenigstens Obstsaft, am besten frisch gepresst und ab und zu ein Ei. Süßes gehört natürlich auch dazu, zum Beispiel Marmelade oder Honig und die Getränke, zum Beispiel Früchtetee, Milch oder Kakao. Für Schulkinder ist Calcium sehr wichtig, weil die Kinder noch wachsen. Calcium ist gut für die Zähne und für die Knochen. Und wie kann man Calcium zu sich nehmen? Calcium ist in Käse und anderen Milchprodukten reichlich vorhanden. Käse enthält außerdem Magnesium und wertvolle Vitamine. Was sollen die Eltern machen, wenn das Kind am Morgen keinen Appetit hat? Wenn die Kinder morgens nichts essen, kommt es bei der nächsten Mahlzeit, also beim Mittagessen, oft zu einem Überessen. Wenn man zu viel beim Mittagessen isst, besteht die Gefahr von Übergewicht. Schon mit kleinen Änderungen im Familienalltag, am Morgen lässt sich viel erreichen. Eltern sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Statt nur hektisch einen Schluck Kaffee zu trinken, empfehle ich den Eltern, sich Zeit für ein gemeinsames Frühstück mit den Kindern zu nehmen. Je interessanter das Frühstück abläuft, desto eher kommt zur ersten Mahlzeit des Tages Freude auf. Manchmal helfen auch kleine Tricks, zum Beispiel buntes Geschirr in den Lieblingsfarben des Kindes. Denn wie heißt das Sprichwort? Das Auge ist mit. Übungssatz zur Prüfungsvorbereitung. Zertifikat Deutsch. Hörverstehen Teil 1. Sie hören fünf Kurzinterviews zur Frage, wie fahren Sie zur Arbeit. Sie hören jeden Text nur einmal. Ich fahre nicht zur Arbeit, sondern ich gehe zu Fuß. Eine halbe Stunde Spaziergang morgens, eine halbe Stunde abends tut mir sehr gut. Auf dem Weg begegne ich oft Bekannten und wir unterhalten uns ein bisschen. Das finde ich schön. Das Problem ist, dass ich dabei manchmal die Zeit vergesse und zu spät ins Büro komme. Früher bin ich überall mit dem Auto hingefahren, aber vor einem Jahr hatte ich einen kleinen Unfall. Es passierte nach einem langen Arbeitstag. Ich war erschöpft und konnte mich nicht auf den Weg konzentrieren. Seitdem fahre ich immer mit der Straßenbahn zur Arbeit. In der Straßenbahn kann ich Zeitung lesen oder einfach zum Fenster hinausschauen, wenn ich zu müde bin. Ich wohne am Stadtrand, aber zum Glück ist die nächste U-Bahn-Station fünf Gehminuten von meiner Wohnung entfernt. Ich habe eine Monatskarte, damit kann ich ziemlich preiswert fahren. Der einzige Nachteil ist, dass die U-Bahn morgens ziemlich voll ist und ich deshalb oft stehen muss. Was für eine Frage! Natürlich fahre ich mit dem Fahrrad. In unserer kleinen Stadt gibt es sehr schöne Fahrradwege. Auf dem Weg bewundere ich die Natur und bin an der frischen Luft. Das ist doch gesund! Außerdem habe ich keinen Führerschein. Ich bin in der Fahrprüfung dreimal durchgefallen. Ich brauche keine Verkehrsmittel, weil ich zu Hause arbeite. Ich bin Übersetzerin von Beruf und muss nur zweimal im Monat zum Verlag fahren. Dann nehme ich den Bus. Das ist günstiger, als mit dem Auto zu fahren, denn ich muss nicht im Stau stehen und mich ärgern. In diesem Teil hören Sie ein Gespräch. Dazu sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Sie hören dieses Gespräch zweimal. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie zu unserer Sendung für Hobbyköche. Unser Gast im Studio ist heute Klaus Kötzle, Chefkoch im Stuttgarter Restaurant Udylle. Herr Kötzle, guten Tag! Guten Tag! Herr Kötzle, Sie sind nicht nur Koch, sondern auch Autor. Vor kurzem ist Ihr drittes Kochbuch erschienen. Was ist in diesem Buch so besonders? Das ist ein vegetarisches Kochbuch mit alten deutschen Rezepten. Ein vegetarisches Kochbuch? Gab es vor 100 Jahren echte vegetarische Gerichte? Ja. Man denkt heutzutage, dass unsere Großeltern und Urgroßeltern sich nur von Fleisch und Kartoffeln ernährten. Aber das stimmt gar nicht. In alten Kochbüchern findet man eine große Anzahl von Rezepten mit verschiedenen Gemüsesorten. Viele Rezepte sind so einfach, dass auch Kinder sie zubereiten können. Glauben Sie, dass Kinder sich für so etwas interessieren? Ja, das glaube ich. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Kindern in der Küche. Früher habe ich manchmal in Stuttgarter Schulen Kochkurse gegeben und sie waren sehr erfolgreich. Es macht den Kindern richtig Spaß, wenn sie zum Beispiel aus Gurken oder Karotten lustige Tierfiguren machen oder eine ganz leckere Schokoladentorte zum Geburtstag eines Freundes backen können. Eine viel größere als die im Schaufenster der Konditorei. Ja, das glaube ich Ihnen. Wollten Sie schon als kleiner Junge Koch werden? Nein. Als Kind wollte ich Rockgitarrist werden. Aber meine Eltern haben mir nie eine Gitarre gekauft. Und ohne Instrument konnte ich natürlich nicht üben. Herr Kötzle, was macht Ihrer Meinung nach einen guten Koch aus? Präzision, Konzentration und Kreativität. Eine Prise Geduld sollte man auch haben. Sie haben vor 15 Jahren in einem kleinen Restaurant als Koch angefangen. Haben Sie noch den gleichen Spaß am Kochen wie damals? Selbstverständlich. Ich koche und esse immer noch sehr gern. Darüber bin ich sehr froh, denn ich kenne Köche, die nach 10 Jahren im Beruf nur noch in der Arbeitszeit kochen. Ich selbst koche sehr gern für meine Freunde und Familie. Sind Sie kritisch gegenüber anderen Menschen, die für Sie etwas kochen? Nein. Wenn Sie keine professionellen Köche sind, dann bin ich überhaupt nicht kritisch. Nur von mir selbst kann ich keinen Fehler akzeptieren. Ich habe immer ganz genaue Vorstellungen davon, wie ein Gericht schmecken muss und arbeite so lange daran, bis es den gewünschten Geschmack hat. Haben Sie immer noch Ideen für neue Rezepte? Ja, ich habe noch jede Menge Ideen. Deshalb schreibe ich im Moment auch schon an meinem nächsten Kochbuch. Dürfen wir mehr darüber erfahren? Nein. Jetzt möchte ich darüber nichts erzählen. Aber wenn das Buch auf dem Markt ist, komme ich gern wieder zu einem Interview vorbei. Wir nehmen Sie beim Wort, Herr Kötzle. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Übungssatz zur Prüfungsvorbereitung Zertifikat Deutsch. Hör-Verstehen Teil 3. In diesem Teil hören Sie kurze Meldungen und Durchsagen. Sie hören die Texte zweimal. Sie schalten Ihr Handy ein und hören die folgende Nachricht auf der Mailbox. Hallo, Barbara. Hier ist Stefan. Schade, dass ich Dich nicht erreichen konnte. Ich wollte nur wissen, ob Du heute Abend ins Fitnessstudio mitkommst. Ich könnte Dich gegen halb acht zu Hause abholen, wenn Du willst. Ruf mich bitte zurück, wenn ich Dich abholen soll. Also, hoffentlich bis gleich. Ciao. Sie sind in einem Kaufhaus und hören folgende Durchsage. Achtung, Achtung. In der Spielzeugabteilung wurden eine Geldbörse und ein Personalausweis gefunden. Der Besitzer kann sie an der Kasse im Erdgeschoss abholen. Sie hören auf Ihrem Anrufbeantworter folgende Nachricht. Guten Tag, Herr Vetter. Ulrike Tarasch hier von der Firma Tempoline. Wir haben gestern für nächsten Mittwoch um neun Uhr einen Termin vereinbart. Es tut mir wirklich leid, aber es ist etwas dazwischengekommen und ich bin an diesem Tag doch nicht im Büro. Würde es Ihnen am Donnerstag um neun Uhr passen? Rufen Sie mich bitte zurück, sobald Sie diese Nachricht erhalten haben. Vielen Dank und auf Wiederhören. Sie rufen im Düsseldorfer Filmpalast an und hören folgende Durchsage. Guten Tag, das ist der Anrufbeantworter des Filmpalastes. In diesem Moment ist der Filmpalast geschlossen. Unsere Kasse ist täglich von 13.30 Uhr bis 22.30 Uhr geöffnet. Wenn Sie sich über die Vorstellungen informieren möchten, drücken Sie jetzt auf die Taste 1 oder besuchen Sie unsere Website. Auf Wiederhören! Sie sind in einem Museum und hören folgende Durchsage. Liebe Besucherinnen und Besucher, die nächste Führung mit dem Titel Alte Ideen, moderne Erfindungen beginnt in wenigen Minuten. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, kommen Sie bitte sofort zum Museumsshop. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020